Ich würde sagen, wenn ich jetzt einen größeren Rucksack finde oder an sich wollen wir noch einen Abstecher zum Militärding machen oder wollen wir dann direkt drüber laufen? Ne, ne, machen wir da einen Abstecher, aber vorsichtig weil es ist ja schon ein ziemlich gutes Ziel Okay, da kommt gerade einer auf uns zu Gehen wir jetzt nach links? Bastian, Bastian läuft nach links Ja, dass er sicherlich sieht Rechts müssten auch welche sein So vom Hören her Der kommt auch näher Hm? Ich hätte nicht gedacht, dass gerade so viel hier sein könnten Ja, der eine schlägt gerade vorbei Vorne, pass auf Okay Wo bist du hin? Ich bin immer noch hier Es leckt gerade ein bisschen Mach mir keine Angst Okay, ich bin jetzt rechts rum Na doch Ja, ja, weil du fühl mich gerade weiter geradeaus bist So, ja, ich wollte ihn fangen Oh, da kommt es ja auf uns zu andere Seite Wolltest du mit deinem Zombie-Ball fangen? Ja Got to catch him on Zombie-Mone Okay, hier ist sauber Naja, wenn ich mir rechts die Mülltonne anschaue Sauber ist anders Ich, 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 ich meine jetzt Zombie-Ball Oh, 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 warte Also irgendwo Der muss direkt Er ist hier gerade ums Eck rumgelaufen Zwei Stück nämlich Okay Deswegen nutzen Dann schnell rüber Oh, oh, da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer In den Laden, in den Laden Nein, 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 nein Aber warte Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen Nicht rennen Die sind schon wieder taub Ich bin jetzt mal Ich bin jetzt mal leicht dreist Ich bin leicht dreist Nein, nein, sei nicht dreist Bitte sei nicht dreist Achso, das Das zählt schon nach gestern Ja Ich glaube, hier liegt auch noch das Essen Was ich gestern hingeschmissen habe Haben die den Server nicht neu gestartet? Vielleicht doch Okay Okay Christoph Liegt ein toter Spieler Und rat mal, was für ein Backpacker er hat An Alice wieder, oder? Ich krieg ne Krise Der findet die Dinger am Laufenden Band Und ich find keinen einzigen hier Das sieht aus wie ich Das könnte echt ich sein Warte mal Hey, warte mal Ich bin da gestorben Gratulation Aber genau Genau an der Stelle bin ich gestorben Und ich hab die Angst auch Das bin echt ich, glaube ich Gratulation, du hast deine eigene Leiche gefunden Ich bin stolz auf dich Aber nach Stunden Ich bin, ich bin heute Vormittag Hat der mich doch gekillt Hier liegt ne Wind Also hier war auf jeden Fall jemand Hier liegt nämlich ne Windschaste ohne Munition rum Aber ich kann glaube ich das Ding nicht nehmen Das Alice Pack nicht nehmen Auf dem Alice Pack Komm lass mich's nehmen Da liegt ne Makarov-Munition Und da hinten liegt ne Crossbow Erzähl mir das deutsche Wort nicht ein Äh, Armbrust Oh, hier liegt ne, oh, hier liegt ne Windhi rum Hier liegt ne Windschaste ohne Munition Hier war einer Auf jeden Fall Hier war einer Aber das ist schon ne Weile her Weil das Zeug schon respawned ist Aber guck mal wie viel Zeug hier rumliegt Ja, ziemlich viel Äh, schauen wir doch mal Mehr Makarov-Munition Makarov bis zum Geht nicht mehr Ja, dann schmeißen wir mal die M19er weg Die brauch ich eh nicht Wow, ich hab's geschafft Ich hab den Alice Pack jetzt wieder Ich will auch Warte mal, ich kann noch Ding Ich kann noch mit, äh, wie heißt's Äh, erforschen, wie heißt das Ding da Study Buddy Ja Oh Gott Oh, ich hab ne rote Leitung Oh, mein Das ist mal echt Das heißt Der Typ hat mich umgebracht Hat mich nicht auseinandergenommen Und ist dann abgehauen Ja, vielleicht hat es auch einfach nichts dabei Was sich zum Looten lohnt Äh, ja wahrscheinlich Wahrscheinlich hat es schon alles gehabt Wenn der ne Maschinenpistole hat Ja, dann ist klar Und ich ne Macker rauf Jetzt gucken wir mal Mein Jackpack war auch voll Jetzt holen wir mal das Essen raus Okay, äh, Militärlager Oder hast du gegessen Auf zum Militärlager Hast du gegessen und getrunken? Äh, ich hab ge... Äh, warte, ich kann noch was trinken Ich hab ne... Schöne... Schöne... Ich mein, den... Das kämpft da Ach, den... Den kleinen... Das Mini-Dingelager Das haben wir gestern auch nix gefunden Ja, ich... Ich hab Munition gefunden Für meine Sache Ja, dann... Ja, ne, wenn nicht, dann brauchen wir auch nicht Nee, ne, bei dem Leck brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Wir wollen... Oh Gott, oh Gott Ich finde hier Komm schon Hoppel weiter Bleib stehen, bleib einfach... Bleib einfach noch stehen Nicht bewegen Es ist nichts zu sehen Los, 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 los Gleich ums Eckrum, ums Eckrum Nicht umdrehen, laufen, Mann Ich glaub doch Ich glaub doch Wir laufen einfach mal hier Oh, ach ne, das ist... Der Laden Da liegt noch ne Makarov und... Und ne Lee liegt da auch Ne, ne Lee ist das Der was gebraucht, oder? Okay Ja, hier war definitiv jemand Deswegen auch die ganzen Zombie-Leichen da vorne Ja, wir... Wir hauen von der Stadt ab Und kommen nachher dann wieder Eventuell Wenn dann die ganzen Zombies wieder Die und Respawn sind Aber diese rote Verbindungskette macht mir grad Angst Das ist ne schlechte Verbindung Ja Warum mach ich grad? Ich noch nicht Gott Wir könnten auch zu dem Hochstand da schauen Obwohl, ne, komm Lass stecken Wir haben Waffen und Munition Das... Das wird man nicht riskieren Ich weiß nicht, wie es ticket, aber ich hab locker sieben Magazinen oder so Mit A30 Schuss, da kann man einiges aufhalten Ja, eben, ich auch Ah, jetzt, jetzt, haha Hm? Ne, der Grund, warum ich gerannt bin, ist, dass die Verbindung sich wieder gefangen hat Das ist das nächste Mal nehm... Na, ja, total klein und handlich Verweckt wie die Hausentasche Komma, ah, ah, die Kommete Du, findest... Das ist ja... Ja, ja... Ich geh' rechts von... Sieht tatsächlich so aus, da liegt läuft aber zum Bühner Ach... Passt schon Da kommt Spiel aus wo Du Arsch-Durländiger Um die Scheune rum Junge Junge Spieß mit deinem Leben, ich hab ne Handgranate auf dem Abzug Ähm, ist das ne, eine zum Werfen oder eine für den Granatwerfer? Schau mal nach Das ist eine zum Werfen Hm, ok Kriegst du die überhaupt drauf? Wenn das Spiel schon sowas sexistisches Ich weiß nicht Mal... Könntest du auf Versuch ankommen, oh... Tote? Ja, ja, hier ist definitiv jemand durchgekommen Gut, die können auch einfach so da liegen, es gibt ja auch... Mal nicht so ein bisschen liegen da und werden wach, wenn sie dann... Wenn du dran vorbeigehst Das ist mal nicht dran Aber... 5 Millionen davon, ich weiß ja nicht, das ist doch ein bisschen... Ähm, beim Rushen... Lieber mit einer Winchester Rushen oder lieber mit einer Pistol Rushen? Oh, Kinder, die unten ist grad einer gespawnt Pass auf, pass auf, pass auf Der hat dich, der hat dich Ah, verdammt Ah, ich kann mich nicht... Warum kann ich mich nicht umdrehen? Du bist grad voll im Weg Scheiss Hör auf auf mich zu schießen Ich hab auf seine Arschbacke geschossen, alles gut, alles gut Ich konnt mich nicht umdrehen wegen dieser blöden Axt Wie war's heißt du? Was hast du gesagt gehabt? Ähm... Immer Rushen mit einer Waffe mit einer hohen Feuerrate Okay, also die M1911 Genau Ähm... Da ist ein Revolver, soll ich den nehmen? Hat sich halt hingespawnt mit einer Jack-Pack Ähm... Alter, das ist echt voll der Dingserver Kommt auf deinen Munitionsvorrat drauf an Ne, M1911 hab ich genug Ne, ich hab glaub ich genug, äh, ist besser nicht die M1911 behält Da hab ich ziemlich viel Munition Ja, das Problem ist, die M1911 ist relativ laut Der Revolver ist vergleichsweise leise Und tötet auch da im Schuss Also ich würd den nicht nochmal hergeben Ich find den super Und Munition findest du eigentlich jedes Mal in dem, äh... Hab mich jetzt grant? Ähm... Supermarkt findest du eigentlich jedes Mal in Munition Okay Oh, unser Server Nur bis zum 26.07. So... Das ist schade Das ist ja in drei Tagen Na gut, in drei Tagen Hab ich ein... So einen Kumpanen Zum Treten da Ja So jetzt, ähm... Wo laufen wir jetzt hin? Nach Osten die ganze Zeit Und ich glaub hinter diesen Bäumen hab ich's gesehen gehabt, das Gebäude Oder hinter diesen grünen Irgendwo... Irgendwo hier muss es sein Ja, da... Das... Das Langhaus da hinten sieht aus wie... Wie ne Segemühle Dahinter müsste es irgendwo sein, also naja... Es muss passen Jetzt weiß ich was ihm geklaut hat Und was? Er hat... Er hat mir den Kompass geklaut Ich hatte nämlich keinen Kompass Dieses Schwein, dieses Schwein Ich bin doch nicht irgendwas los Rechts liegt auch einer, pass auf Ich seh's grad Noch mal einen kleinen Bogentum rum Das gefällt mir nicht Also ganz ehrlich, so wie die Leichen dran liegen, hat er hier gelootet und ist hochgerannt Vielleicht ist er auch runtergerannt Ähm Obwohl, ne die schauen ja alle nach oben Die schauen alle Richtung oben und... Ja, aber wie lange bleibt denn so ein... So eine Zombie-Leiche liegen? Da hinten beim Auto liegt auch einer Ich glaub ne Viertelstunde oder so Ja, siehste Dann kann das maximal ne Viertelstunde her sein Dann kann der noch nicht so weit weg sein, vor allem wenn er verletzt ist Bittung auf wenn Also jetzt gibt ihm offiziell das Geschnaufe von der Tussi auf diese Nerven Der meines aber auch schon am Schnaufen ist Ist das die Schule? Nee Nee, nee, nee Die Schule ist ein großes Gebäude Kannst du nicht rein? Da liegt aber Munition Daaa Na aber Shotgun-Munition Den kannst du tatsächlich nicht rein Oh, da ist ein Zombie gerade gerannt Durchs Haus durch Ja, das... Das ist sein Haus Oh Nein, nein, er ist durch die Wand durchgerannt Äh, lass es lieber außen rum gehen Diese Zombie ist möchte ich... Oh Gott, oh Gott Wo kommt der die hier? Wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns Oh Gott Nein, nein, ich hab mich, ich hab mich, ich hab mich, ich hab... Verdammt, nachladen Ok, rennen Rennen, 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 rennen Warum würdest du mich nur zurücklassen? Ok Ich hör noch einen Irgendwo muss noch einer sein Ok Einfach nur weg Wenn wir aus der Sichtlinie raus sind Einfach nur Was ist denn jetzt dieses... Schuh... Äh, da geradeaus Das müssen wir glauben Ja, oh, da ist es, da ist es, da ist, ich seh's Oh, 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 da Daaa Da kommt er an dich, da kommt er an dich So, warte ich... Verfolge mich einfach, verfolge mich einfach nur Scheiße, wir rennen jetzt volle Kanäle dahin Oh, bist du das? Ja, ich hab geschossen, ich hab geschossen Das war der eine, der uns noch gesehen hat Wo ich gemeint hab Pass aber auf, bei dem Fell doppelt auch einer lang Ist er tot, oder hab ich nur... Ne, er krabbelt in den DR Pass auf, ne Ich bin im Gebäude drin, also passt schon Ach, das Ding Hast du gerade geschossen? Ja, ja, ja Okay Und Revolver mit Munition für dich Insofern hier keiner mehr ist, haben wir hier nen Jackpot Warst du das? Ja, ja, das war ich Jogs da grad irgendwelche ganz weit weg an Ja, der war halt direkt deine... Okay, ich muss rennen Renn, renn her Ja, ja Das war ein guter Schuss Danke, und das sogar aus der Hüfte raus Ach Okay, also munitionsmäßig hat das sich bis jetzt schon mal gelohnt Okay Schaut ganz schnell was Trinken Trinken Hm, die Türen hier gehen nicht auf Nö, nö, entweder sie sind auf, oder sie gehen auch nicht auf Nur die Treppen können wir da nachher noch hoch Oh ja Ähm Ah, verdammt Was haben wir denn hier? Penke da Ah, sonst nix rein Da liegt Makarov Munition hier drin, hinterm Lagerraum Hier Äh, ich hab schon gesehen, aber Ich brauch grad keine weitere Ich geh mal hoch Mach das Na, ich folge dir Ja Bleib mal stehen, bleib mal stehen Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl gehabt, ich hab jemand gehört Scheiße, folgende mich Sind das meine Zombies? Ah, wir hören grad keiner, also Okay Okay, ich sollte auch wieder zurück ins Gebäude Weil das lag grad extrem Und ich war bestimmt nicht gut ziehen können Warst du ein Aim-Bot? Hä? Wow Du bist grad an mir vorbeigelegt Das habe ich ja noch ohne Verteil, äh, Wendung Ich lauf grad so eine schöne Schleife Oh, da ist nochmal einer Es ist echt Bei den Gebäuden ist kein einziges Zombie, aber die sind alle draußen im Wald Hast du wohl jemand rausgelockt? Ne, die laufen Die werden innen drin gespawned Und dann laufen die direkt raus Weil die Leute von draußen rein laufen Laufen die Burg zu Laufen die, glaub ich, immer direkt raus Dass die halt draußen patrouillieren sozusagen, ja Aber dann ist halt keiner drin Achso, okay Also drin kannst du rennen und Die sieht keiner Die werden gespawned und laufen, glaub ich, direkt raus Wie ich's verstanden hab Ob's Sinn macht, keine Ahnung Hm, da werden die haltet Na, jetzt hab ich sie abge... Na, jetzt hab ich keine Ahnung Weil ich das kann Weil ich das kann Das ist natürlich ein sehr guter Grund Gitter Und... Hier ist echt wenig Verdammt, der hat gut abgeräumt, der Kerl Aber ich muss mich nicht Oh, das ist echt... Ich glaube, da kann es nicht Ihnen nicht mehrmals Ihr h Kent